Herzlich Willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute geht es zum einen um den Abschießkampfkracher Hertha BSC gegen den VfB Stuttgart. Ich werde einen kurzen Vorbericht zu diesem Spiel wahren. Darüber hinaus möchte ich über eine Aktion von RB Leipzig sprechen, die einfach wahllos beim DFB-Pokalspiel 1. FC Union Berlin gegen RB Leipzig für uns rausgeschmissen haben. Bevor ich damit arbeite, nochmal der kurze Hinweis an euch. Abonniert ganz gerne diesen Kanal, um auch keine weiteren Videos rund um die Hertha und die Bundesliga zu verpassen. Und so hat euch dieses Video gefallen. Lasst gerne ein Like da und ich würde sagen, starten wir rein mit dem kurzen Vorbericht zum Spiel Hertha BSC gegen den VfB Stuttgart. Und fangen wir damit an, um die wichtigen Aussagen von Felix Magert auf der Pressekonferenz festzuhalten. Und ja, ich muss grundlegend erstmal sagen, dass es gar nicht mal so gut aussieht. Hertha BSC hat einige Probleme vor dem Kracher gegen den VfB Stuttgart. Denn man muss grundlegend sagen, wir haben momentan sehr viele Ausfälle zu bekleinen. Marco Richter fällt aus für das wichtigste Spiel in dieser Saison. Man muss sagen, dass wir kaum Flügelspieler zur Verfügung haben. Marco Richter, Dong Jong-Li und Mission Maul da sind all unsere Flügelspieler und alle drei fallen aus. Und das, obwohl wir zuletzt im 4-2-3-1 gespielt haben und wir eigentlich zwei Flügelspieler brauchen. Darüber hinaus fallen Lukas Klünter, Jovetic, Schwolu und Kieran in Sona aus. Es sind weitere Spieler und wir haben damit eine Ausfallliste von acht Spielern zu beklagen. Und grundsätzlich ist das ein sehr, sehr schlechtes Umfelderspiel. Vor allem muss man halt eben sagen, dass Marco Richter und Stefan Jovetic unsere beiden Top-Scorer sind. Es gibt kaum Spieler, die mehr Tore geschossen haben und das sind die, die ausfällt. Und das ist verdammt bitter, wenn man mal auf dieses Spiel blickt. Muss man halt sagen, dass wir dieses Spiel ein bisschen anders angehen müssen. Der VfB Stuttgart ist im Gegensatz zum FC Augsburg eine Mannschaft, die über das Spiel kommt. Die natürlich ihre Spielstärke ausspielen möchte und die einzelne Spieler hat, die eine hohe individuelle Qualität haben. Das heißt, dass das eine grundlegend andere Herangehensweise fordert als noch gegen den FC Augsburg. Gegen den FC Augsburg muss der Hertha BSC sehr viel über Kampf und Leidenschaft kommen. Und natürlich über starke Zweikämpfe und natürlich ein bisschen lange Bälle. Gegen den VfB Stuttgart muss man ein anderes System anwenden, um dort natürlich wieder anders zu performen. Man muss sagen, Felix Maggert sagt auf der Pressekonferenz, dass man trotzdem über Kampf und Leidenschaft kommen muss. Dass man den VfB Stuttgart auf das eigene Niveau herunterziehen muss. Und dass man mit den Fans zusammen eine gewisse Überzeugung liefern muss. Und grundsätzlich muss man sagen, dass dazu ein Spieler sehr wichtig werden soll. Kevin Prinz-Boateng. Kevin Prinz-Boateng war beim Spiel FC Augsburg gegen Hertha BSC der Spieler, der ein wesentlicher Faktor war. Er hat Gefühl und Struktur reingebracht. Und genau das soll er beim Spiel Hertha gegen Stuttgart auch machen. Er soll wieder auf dem Feld stehen. Und das ist verdammt wichtig für uns. Kevin Prinz-Boateng ist genau jetzt in dieser Rolle, in der wir ihn schon die ganze Saison erwartet haben. Und es ist wichtig, dass er jetzt Verantwortung übernimmt und mit seiner Führungsqualität und mit seiner Erfahrung Einfluss auf das Spiel nimmt. Und ich finde es wahnsinnig wichtig, dass er momentan ein Stammspieler ist. Und man muss sagen, dass man sich, dass Felix Maggert auf der Pressekonferenz ganz klar eine Sache gesagt hat. Dass er sich gegenüber dem Augsburg-Spiel eine klare Leistungssteigerung erhofft. Und dann man von dort aus ein besseres Ergebnis ziehen will. Das heißt, man möchte erneut punkten. Die Spieler wollen erneut punkten. Und man möchte mit allen Mitteln versuchen, das mit Kampf, Leidenschaft und natürlich auch Spirit die drei Punkte in Berlin zu behalten. Man möchte die Fans wieder überzeugen. Man möchte das Derby wieder gut machen. Man spielt wieder heim. Die Heimbilanz sieht bis hierhin gar nicht so gut aus. In der Heimtabelle steht man auf dem 15. Platz. Und man möchte dementsprechend die eigenen Fans wieder überzeugen. Und das ist ein wichtiger Aspekt für das Spiel. Felix Maggert sagt aber auch ganz klar, dass der VfB eine offensive, starke Mannschaft ist. Die sind eingespielt. Die sind wahnsinnig stark zusammen. Und ja, man muss es mit Kampf. Aber man braucht auch spielerisch versuchen, Lösungen zu finden. Und das ist ein sehr wichtiger Aspekt. Man muss so sagen, das Ausflugspiel hat die gesamten Spieler von Hertha BSC in einen Rhythmus gebracht. Und deswegen muss dieser Rhythmus jetzt weiterhin fortfahren. Freddy Bovic sagt aber auch ganz klar, dass alle Spieler nach dem Augsburg fokussiert weitergearbeitet haben. Keiner ist nach seinem Zitat über die Autobahn nach Berlin gerannt. Oder ist jubelnd durch die Kabinen gelaufen. Und somit zeigt das ganz eindeutig, dass die Spieler Fokus haben. Man möchte sich jetzt fokussieren auf das kommende Spiel. Man muss zusammen spielen. Und soviel steht fest, das sagt auch Felix Magath. Die Mannschaft muss nicht aufgebaut werden nach dem Sieg gegen Augsburg. Er ist hart erarbeitet und verdient gewesen. Und man muss jetzt schnell auf den physischen Stand kommen, dass man jetzt möglichst viel punkten kann. Und ja, man muss ein wesentlicher Aspekt werden, dabei natürlich wieder Standard sein. Mark Furthingham kümmert sich übrigens aktuell über unsere Standardsituation bei Hertha BSC. Und wird dort so viele Aspekte wie möglich natürlich mitnehmen. Und ja, das war relativ gut zu betrachten. Wichtig zu sagen ist noch dazu, Mark Overkampf hatte anfangs leichte Probleme in dieser Woche am Sprunggelenk. Die haben sich aber erledigt. Genauso wie Isaac Belvedil hat gut trainiert und wird höchstwahrscheinlich wieder ins Team reinroutieren. Damit kommen wir auch zur Aufstellung, die ich präferiere für das Spiel. Anhand den Aussagen und den Ausfällen, die wir zu bekleinen haben. Würde ich sagen, wäre das ja ein realistischer Elf mit vier Spielern in der Defensive. Plattenhard, Kempf, Boyata, Pegarek werden wir erneut auftreten. Davor Askasiba und Jussadi, die Doppel-6 bzw. die Doppel-8 bilden, indem sie noch mehr vorschieben. Mittelstädt, Boateng und Serdar würde ich so sagen, sieht die Offensivreiheit aus. Ich hoffe zumindest, dass er nicht auf der Rieder setzt und Belvedil im Sturm. Für Davy Selke, weil das ist ein Spiel, das einen physisch starken und technisch starken Stürmer erfordert. Deswegen würde ich Belvedil in den Sturm stellen. Das wäre die Elf für das Spiel gegen VfB Stuttgart. Schreibt gerne eure Elf in die Kommentare. Und jetzt gehen wir noch auf die zweite Thematik ein. Und zwar kursiert momentan ein Video im Internet herum, das ganz klar zeigt, wie beim Spiel 1. FC Union Berlin gegen RB Leipzig in der Red Bull Arena, das heißt in der Heimstätte von RB Leipzig, Union-Fans bzw. neutrale Fans bei den Blöcken neben Union rausgeschmissen worden waren. Und das ist eine sehr interessante Thematik. Und ja, ich finde, hier kriegt RB Leipzig ein bisschen sehr viel Hass ab, muss man sagen. Ja, ich selber war natürlich beim Union gegen Leipzig Spiel nicht gerade für Union Berlin. Und man muss halt eben sagen, dieses Spiel war als Hertha-Fan echt schwierig zu betrachten. Ich war für niemanden. RB Leipzig war ich nicht, weil RB Leipzig RB Leipzig ist. Und das lediglich ein Plastikkonstrukt in der Bundesliga ist, was keine Fanszene hat und überhaupt keine Tradition aufzuweisen hat. Und ich war nicht für Union Berlin, weil Union Berlin in Olympiastadion, ne, das hätte ich mir gar nicht vorstellen können. Und deswegen ist momentan sehr viel Hass bei RB Leipzig zu finden. Sehr viele Fans von außerhalb, auch Hertha-Fans bzw. nicht nur Hertha-Fans, sondern zum Beispiel Fans von Gladbach, Dortmund, Bayern, schießen sich jetzt auf diesen Verein ein. Und man muss sagen, ja, dass es teilweise dieser Verein natürlich verdient hat. So wie die sich in der Öffentlichkeit präsentieren, jetzt zum Beispiel auch mit diesem Video, was kursiert, ist es halt einfach nicht tragbar für die Bundesliga. RB Leipzig, wenn ich weiß, was passiert ist, ich werde euch da nochmal einen Link in die Beschreibung tun, ich kann das Video aus überrechtlichen Gründen natürlich nicht zeigen. Wenn ich weiß, was passiert ist, einzelne Union-Fans wurden beim Spiel RB Leipzig gegen Union Berlin rausgeschmissen aus den Nebenblöcken direkt neben dem Auswärtsblock, weil sie dort für den 1. FC Union Berlin gejubelt haben. Ich muss dazu sagen, dass ich das wahnsinnig respektlos gegenüber den Fans finde, denn die Fans bezahlen richtig viel Geld für ihr Ticket und sie werden rausgeschmissen aus einem Block, der direkt neben dem Auswärtsblock ist, nur weil sie gejubelt haben. Ich finde, das ist überzogen und überreagiert, aber man muss halt eben auch ihr RB Leipzig verteidigen. Es steht in der Stadionordnung drin, dass man leider nicht als Union-Fan bzw. als Fan der Gastmannschaft sich in diesen Blöcken direkt neben dem Auswärtsblock setzen darf. Dort sitzen die Heim-Fans und die sollen dann dort auch nur jubeln und dementsprechend finde ich, dass es dennoch RB Leipzig Scheiß gelöst hat. Das ist eine unkomfortable Lösung für alle Zuschauer und dieses Problem hatten bereits schon mehrere andere Fans, zum Beispiel auch Hertha-Fans hatten diese Probleme und ich finde es einfach respektlos, so eine Lösung muss man anders lösen. Ich finde es respektlos gegenüber den Fans, die rausgeschmissen worden sind, die ihr Geld dafür bezahlt haben und ich finde, das braucht andere Lösungen. An dieser Stelle aber sei dieses Video für heute beendet. Ich möchte dieses Thema jetzt auch nicht so weit rausholen, weil es ist ja nicht auf Hertha BSC bezogen. An dieser Stelle trotzdem abonniert ganz gerne den Kanal und in Zukunft auch nichts mehr rund um die Bundesliga und um Hertha BSC zu verpassen. Wir sehen uns tatsächlich morgen schon zu einem neuen Video wieder. Bis dahin. Genießt den Abend und tschüss. 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 Genießent den Abend und tschüss. 22 Free Get suas Leers Wein Bonjour.